Die erste Großangelegte Kolonisierungsmission Was ist hier passiert? Hört ihr mich? Ich brauche euch hier sofort. Ich brauche euch. Okay, beruhige dich, Baby. Beruhige dich. Ich soll mich verholen. Warum? Sag, ich soll... Ich höre dich nicht. All das, um unser neues Leben zu beginnen. Wo ist es? Das Mikael! Festhalten! Scheiße!